Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rainbow Six Siege mit den Savvy und den Max. Pussy. Hallo. Ich nehm mir Ash. Nein, gib mir Glass man. Ich muss nur noch eine Runde damit gewinnen, da kannst du so viel Lash spielen wie du willst. Ich muss noch eine Runde mit Ash gewinnen, dann habe ich es schon. Sind hier Deutsch? Little German, please. Nein. Nein. Gar nicht Deutsch. Okay, hier sind also keine Deutschen, alles klar. Hier wird alles Fotzen. Welcher Noob nimmt schon Sledge, Alter? Er nimmt Sledge, weil er es kann. Er macht gleich Ace, man. Den Mio-Gefahrgutbehälter lokalisieren. Mio-Gefahrgutbehälter lokalisieren. Mio-Gefahrgutbehälter lokalisieren. Wir müssen unsere Mates nicht so runterziehen, wir müssen sie ermutigen, sonst wird das niemand. Ach, Lisa, Mann. Was ist denn los? What? In Tether sind sie nicht. Die sind, ich wurde gekillt. Ja gut. Und wo? Unten. Also auf die Edge-Shows. Wir meinen haben wir das Objektiv. Noch 10 Sekunden. 5 Sekunden. 6, 4, 3, 2. Fahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Max, soll ich wieder jemanden abknallen? Ne, ne, lass. Boah, die sind gleich hier. Gleich hier, oder was? Hey, pass auf, ne. Mach doch ganz auf. Jungen hier und renn durch. Äh, hübs. Achtung, da ist einer genau hinterm Auto, Seppi. Loll, ich backe in der Wand fest. Oh, oh, Seppi. Scheiss! Hüb, Alter! Achtung, der wieder ist einer, der tut lurk. Meinen, imisiner, in der Garage! Ja klar Einer von uns mich hat gekillt Ja du bist in der Bärenfalle gelaufen Nein Doch da lag eine Bärenfalle Heiz Maul Einer von uns hat mich gekillt Nein Max hör auf zu lachen Ich versuch es so wie der Bärenfalle mit einer Läube und einer rausgegangen Scheiße Mann Den Raum sichern Wir müssen den Bio-Gefahrgut-Behälter schützen Wow Was ist das für ein behinderter Raum Behindertes Raum den du hier hast Fensterbarrikade fertig Ach fuckerle das Fenster Wer macht das Ding da schon wieder kaputt? Mike Mike Oh mein Gott über uns irgendwo Nein Nein Ich schieße dich an wenn du da noch bleibst An geht es dir auf jeden Fall Die Gegner haben den Bio-Gefahrgut-Behälter gefunden Die Gegner haben den Bio-Gefahrgut-Behälter gefunden Der Gegner muss nicht mehr den Behälter zu sichern Mit weiteren Zugriff auf den Bio-Gefahrgut-Behälter verhindern Den Gegner von der Sicherung des Behälters abhalten Ah fuck Bist du tot? Ja Ich mehr auf Der Ritzel da alter Da ist einer Fahrgut-Behälter beschützen Mike Wir liegen Ernsthaft Ja Sind alle beim Bio-Gefahrgut-Behälter Ich mach Fotos Achtung da vor der Tür ist einer Mike Da ist einer Mike Die Gegner sichern den Bio-Gefahrgut-Behälter Ja mit da kann ich halt nichts anfangen Ja mit dem Operator gefallen Weißt du ich mach einen so ganz geschickt von hinten Ja und dann Kriegen die das dann nicht gebacken im Bio-Gefahrgut-Behälter zu beschützen Sind wir aufs Maul bekommen Ich hab auch einen weg geholt Ja aber ich so ganz sneaky die von hinten man Ja Also das ist natürlich ein besserer als Maxi Momentan In dieser Situation hätten wir einen Schalldämpfer gewünscht Das Problem ist der Schalldämpfer verringert den Schaden bei den Waffen Ja LOL Ja ob der ist AFK Ja Den Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisieren Oder wir haben alle die wo er hat genommen Kann auch sein Ja Ja Ist das wirklich AFK Ja Weißt du wir kriegen ja immer so scheißräume ne Hacker 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 LOL Jetzt bewegt sich Ist der fucking ernst 10 Sekunden bis Einsatz 10 Sekunden bis Einsatz 5 Sekunden Danke Standort des Bio-Gefahrgut-Behälters unbekannt Angriffserlaubnis erteilt Spreng das Schafkomm Unten, ok. Irgendwas schreit das da unten. Falk, gehst du mal mit deiner scheiß Drohne runter in den Keller. Die sind nicht im Keller. Die sind im Keller. Nein. Die sind am weißen Van, äh hinter dem weißen Lieferwagen. Guck, er sagt's sogar. Pass einfach auf, dass sie dich nicht kriegt, ne? Geh mal ein bisschen auf die Seite, ich rasp durch. Lauf hinter der Ecke, liegt die Falle. Hier im Raum ist keiner mehr vor dir. Ja, ja, hallo. Wissen du mit der scheiß Drohne, selber auf. Ja, jetzt ist der kaputt, weil ich durch Stacheldrad mit Strom gefahren bin. Ja, ich nix habe auf. Leute, hier oben ist ein Lurker. Hier oben ist ein Lurker. Pass auf, bevor ich gerade gestorben bin. Der will da oben runterspringen. Im Haupteingangsraum, wo wir auch vorhin waren, ist der drinnen. Eben noch Zeug, oder wie? Ja. Kannst du Fotos? Ich glaube, der ist runtergeschubst, Sebi. Ja, der ist runter. Er hat nur noch Half-Life. Leute, ihr müsst was machen, ich läuft die Zeit davon. Ich darf am Leibender Gegner. Okay, okay, Sebi, ich komme mit. Steht nicht hintereinander. Steht nicht hintereinander. Pass auf, Sebi. Wir um die Ecken schauen und so, ne? Sebi, der Laserpointer verriet deine Position. 15 Sekunden übrig. Ihr müsst da rein. Ihr müsst da rein. 15 Sekunden. Nein, warum nicht so? Ihr müsst da rein. Nein, warum nicht so? Ich habe keinen Mohnen mehr. Was ist das? Was ist das? Können Sie noch messern können, ne? 30 Sekunden. Du hast so eine Anintran, wenn Sie noch messern können. Du bist auf mich. Ich habe nichts gesagt. F**k, Alter. Achso, Leute, das war's für diese Runde. Tschau!